Wir befinden uns heute vor dem Landhaus Bregenz, um an den Landtag daran zu erinnern, dass die Verfassung Quarbecks für den Lebensschutz ist. Trotzdem haben sie am 1. Februar mehrheitlich dafür abgestimmt, die Abtreibung zu einer Staatsaufgabe zu machen. Wir sind klar dagegen. NEOS, ÖVP, Grüne und SPÖ haben keine Berechtigung, mit unseren Steuergeldern Räume zu vermieten für die Durchführung von Kindstötungen. Frau Martina Röscher, die Gesundheitslandesrätin Quarbecks, stoppen Sie Ihre Pläne für den Ausbau einer neuen Abtreibungspraxis.